hallo mein name ist tslmc und ich wurde 100 prozent nicht dafür bezahlt hierfür zu sagen dass momente der woche auf dem kanal mit abstand das beste format auf youtube ist und außerdem man es immer abonnisieren favorisieren und liken muss juchu es ist das beste format juchu bekomme ich meine 29 sind kamera läuft und action wir sind auf sendung hallo hallo ja was ist jetzt hallo hier wer sagt hallo ich sag hallo ich wundere mich da wirklich drüber ein spaß die hat ein ja und schmutzlos und hast du nicht gesehen und mutzlos mutzeln und hat ich gehe nach der ipod sie ihm erwacht ist der ipod in die hose kackt sei dabei wieder kommt doch in die hose scheiß reint sich gar nicht das einzige was mir darauf noch einfällt ist meine schwester mit dem original ja krass großes kino für uns zwei kommt und so ja tschüss nein 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 ich kann ja gerne ipod ich spring nochmal für deine schwester eine atemlos ich hab das nicht witzig oder jetzt fällt mir nichts mehr ein ich hab das nicht gekehrt ich hab das nicht gekehrt ich hab das nicht gekehrt hallo ich heiße ungespielt 24 jahre und bin zu dumm ein mediakraft vertrag zu lesen unser team ist der letzte dreck man ist doch echt zu blöd hier für alles oder oh ich suche deinen bros vater und sag dir mal was für ein reiz denn das enkelkind er hat äh mutze ich komm mit ja sucht gefährdet ist was für anfänger nicht ach mutze ich hab Hunger um was zu essen warum warum bist du heißt du gm bist du general motors vertreter oder was ja bitte einkaufen da wurden doch in marktburg die ganzen leute gequillt und so gefoltert und dann umgebracht darauf fällt mir nur ein sterbehilfe jetzt ist die frage jetzt ist die frage was das mit der scheiße und mutzes großmutter zu tun hat früher als kleines kind hab ich immer zu meiner mutter irgendwie also da war ich immer so verpeilt hab ich zu meiner mutter immer irgendwie also so halt also mir war klar dass meine mutter ist aber ich hab halt irgendwie immer zu ihr gesagt um bin ein jahr jünger wie dir das ist klar ne ja und ich bin einen meter größer als du das ist dir klar ne du wolltest du die kacke aus einem storm machen du kannst mich nicht mit dem vergleichen ja das sind welt inzwischen ja genau das was du nicht brauchst ist nicht dein problem genauso mit diesen arschpiks dann da hinten war nicht ich der hat so eine bambusleitung der hamster stirbt dauernd ab der pedo ist wieder da kinder das sollen ja auch unregelmäßige hause sein oder warum warum sie die nippel verdreht wie so ein einbetoniertes kind einbetoniertes kind was also ich find's gut wenn er aufhört zu atmen so eine eisenrüstung auf schutz 4 du bist da voll behindert du bist da voll behindert ich hab ne eisenrüstung verzaubert auf schutz 5 dann kommt der schuldirektor dann kommt der schuldirektor pass auf ja ja kinder und ich hab ne diamantrüstung verzaubert auf unendlichkeit hehehe ipod hat offiziell scheiße gebaut ba 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 kolaro hat's entdeckt aha motorbolo hat's nicht gecheckt aha 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 tja mal ist jetzt weg aha was sag nix ich ruf dich in einer woche an dann lach ich vielleicht drüber ach sa jetzt komm nicht mit dem over and out b****